Das ist das Programm der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich begrüße ihn in den Namen von Jesus Christus. Prophezeiung steht dir, Daniel. Wir sehen, was passiert ist, dass es von ungefähr in den letzten 50, 60 Jahren die Weltmacht war. Besonders von dem ersten Weltkrieg oder dem zweiten Weltkrieg. Es ist die stetsste Weltmacht über die ganze Welt. Es ist ein Land, das die größte Kraft hat. Es ist ein Land, das die größte Riechtung hat. Es ist ein Land, das die Böse zu haben, in allen Hinsichten. Und die Frau steht dann, wenn das Land ist, was wir zu seinen erfuhren haben, was das nicht mehr Geld gedreht hat, nicht mehr Negoziungen gedreht hat. Und das dritte, was das in der kalten Zeit, was in unserem Leben passiert ist, was wir zu seinen. Wo kommt das dann, dass das eins von Prophezeiung war. Dass das eins von Gottes Wort war, dass es stets das gut war. Das ist ein von den Fragen, die wir gefragt haben, wenn Menschen die Prophezeiung erklärt haben. Dass das stets eine biblische Prophezeiung war. Wir sind zwei Männer, eins in Peter Marshall und uns in David Manuel. Schreibe dort, die Böse, die Leid in der Glorie, nennen Sie Gott. In Dietzchen dort, die Böse, die Licht in der Herrlichkeit. Und du, Bernd, schriebe es, das ist Haftgott in besonderen Plänen für Amerika. Wenn wir das Böse lesen, das ist in Engelschen, das ist wahrscheinlich, was wir sagen, ohne Sprüche. Die Frau steht bloß, Haftgott in besonderen Plänen für Amerika. Und wenn ich von Amerika rede, dann meine ich das stets zu machen. Das wird auf die USA genannt worden. Präsident Ronald Reagan, geliebt dort Gott, hat ein besonderen Plänen für Amerika. Dort war ein von den Präsidents. Christopher Columbus brugt diesen Bibelfahrt aus heuer in der Laune Anchein, wort wie New America nahe. Und in den Tengen, wenn Jesaja Kapitel 59, Vers 19, dort ist geport, seist es das. Dann wurde sie im wahrsten Furcht haben für seine Numen. Was wir fingen als Christiker für Columbus, wie eine wahrehafte Person, die mit ihm studiert und in seinem Leben, dort wie ein Mann, wort wie eine Regierung von Europa angestellt, wort so vor die Weltüttfahrerische Üttkundschaft und seine Wurde Land, wie ein Wort von Land befinden können. Was wir in der Wahrheit über die Person, und er hat ein Denk im Ziel, und all das, was er eben angestellt wird, und es ist interessant, seine Geschichte zu lesen, ich denke, dass Simon Bolivar in die Geschichte noch gehen, und er hat ein ganz anderes Ziel, als das Mann hat. Was ein von seinen Ziels wird, wo immer er in der Laune Anchein, dort hat er bedenkt, dass das Feld, was er wohnt, das wird angewendet, dass die in der Feld, was wir da können, die wässert Feld, dunkle Feld, wie auch sie alle wieder, wo er angestellt. Das ist eigentlich eine neue Furcht haben. Und was sehen, sehen wir, dass die Menschen, die wurden durch das Evangelium hier von Jesus Christus. Daher, dort hei angenommen, wir von der Regierung in Europa, dort heise Landütkünschaft, wir dort auch nach sehen, sehen wir aus dem präseinlichen Applaus. So what we think about hei hord, ist, was ich kurz lese, in Jesaja 51, dann wurden sie im wahrsten Furcht haben, für sie genommen. Und das wir sehen, Haupttag, wie ein Hauptfasch, was hei bringt, nur die Menschen zu kommen. Und die Menschen würden auch vertreten, für Gott sien Nume, in Jesus Christus auch nehmen. Das war ein kleines Bett, persönlich, von Christopher Columbus, wo er hat, der stets gegründet, dass ihr stets, von dort landet gekommen, und du habt angefangen. Weil wir wiedergune, an den Punkt, den Nangune von, stets studieren wird, in den Hintergrund, weil wir uns hoffen, heim und Nähe hin gebeten. Trühe Gott im Himmel, wir danke dir, für dein Wort, und wir danke dir auch, für die Säine, wie du in dieser Welt geschaft hast. Wenn du in die Weste Nation gebrügt hast, wo wir in der Bibel noch feing, keine Prophezeiung benen hast, wo dag hast du die gebrügt, wenn die Ansage von das Land, die vertrude ab dein Wort, war ein Borde Menschen, die fange das Land an, ab dein Wort. Für von der Osten, wenn wir nicht ein kleines Bett, wo das eine Rale spielen wird, und wo das eine Prophezeiung, dann passt das, wann es das hat. So, die Frau, wir haben dir in Jesus, in dir in der Lehrung, von der auch so uns, in eure Wort verstoßen können, was wir uns dabei haben. In Jesus Christus in den Namen. Amen. Erstens, Gott, sind all das in der Plunde für den Anfang, für Amerika, Schrift, ein Schreiber. Wenn wir die Vergangenheit von Amerika lesen, dann fangen wir dort, die erste Läder von das Land, wir, wer, ich war, ich will, Menschen. Das ist, was ich in der Bibel so ein bisschen sehe, in der Anleitung. George Washington bet, ab ich neue in der Regierungsheilung, oder wo sie dann taubt, ich habe, aus Gottes Kirche, in der Regierungsmahne, was wir schon nach, die Städte nahe. Wenn wir die Vergangenheit studieren, und lesen, von all die Länder, wo ich in Klienbein neu gingen habe, fing ich noch nicht, wo die Regierungsmahne hand, in die Hand, wo, was nicht abgeschrieben wurde, wo die Regierungsmahne hand, ab ich neue Gebet, in Gott gefrucht, um das Land, so fair, was ich bringe, dass es am Verheiligen wurde. Und das war es in der Städte. Dann wird auch nach George Washington bet, ab ich neue ist für Gott. Woodward Wilson, wir nach einer, die die Bibel lezen, die Bibel, wo wir finde auch schon nach die Casablanca nahe, dort hieß, wo sie taubt schon aus Regierungsmahne. Wir fingen dort, die Städte, ihre Verheiligen wurde, wo das Land gegründet habe, dass wir warehberne Menschen, dort wäre Menschen, wo ab Gott vertriebe, und ab Gott in Wirt, dort land anfangen, dort in Gründer, dort. Wenn wir die Negatives sehen, die alle taubenehmer, dann wird auch die Negatives von diesen Mann, wenn wir wissen, dass jeder warehberne Person hat noch auch nach den Fleischlichen in der Tür zu kämpfen. Aber was wir fingen, das steht, als nächstes ein Mann, das schreibt, durch Blinging-Globe, die vierste Kraft geworden in der Welt, die hat bloß 5% von der Weltmenschheit, und hat etwa 50% von der Welt eine modernische Drecktüme in die Mitgliedlichkeit in der Tür und da. Das sagt, man bloß 5% von der ganzen Menschheit auf der Welt, die sind das vierste in der Modernheit. Wir können uns fragen, warum haben wir diese Nation so gesehen, über all die anderen Nationen und Länder, wie von weit in der Welt. Und die Schwester, wenn ich von der Sohn von der Rede, dann wünsche ich mir, ich könnte all das von Beliebien sein, was ich von der Land war. Und ich könnte von Beliebien so abholen. Das hier ist nicht vielleicht ein Mensch, was ich von der Städte ist, das nicht denkt, hier von der Vergangenheit studiert und wo Gott den Flogen geschafft hat, in wessen Menschen, in wessen Nationen, wenn die Gott vertriebe in die Nation anfangen ab Gottes Grund. Ich ging Simon lieber sein Vergangenheit nur, weil Beliebien auf angefangen. Ich habe lange drehen, aber nun muss man bitte mehr andere an. Wenn die Schwester eingeht, was ich soll, wo dann wirke und die Menschen blieb anfangen, die wirkt von der Urschendag noch. Und da jetzt, dass alles was tut kleben für sich selbst. Nicht übrig für das Land. Es dort hat Beliebien angekommen, mit dem Mannen, was Beliebien gegründet haben. Wie wird interessant, dass ich das lese dein. Die Mannen, dass Simon believer mit seine Korinale ist. Simon believer wahrscheinlich hat nach dem Klienbeten bett erzählt dem das Land fair weit bringen. Wenn Simon believer ist in Korinale ist was wir am Schal verlet das wird besorgt am ein Land anfang wo Menschen wo die fair weit gehen können und Gott loben dem preisen. Du bist ein gestor hier für mich und mich und mich und ich geworfen. In den gestor wie wir schon da in Land regieren. Wo immer Politiker kommen in unsere Regierung wo immer die Politiker verspreche größte Dinge und wenn die rütt gehen und wo immer das ist dann gehen die rütt und größte haben die größte Dreck zu in das Land haben nicht viel was verberen. Die städte Menschen die städte fair fordern das städte Land anfang hat ein andere Ziel. Die hat ein Ziel anzufangen Menschen wo keine fair weit kommen und Menschen den Land abbringen und den Land fair weit kommen und ganz anders Ziel Wurder Nummer eins wird die wahre eborene Menschen So wie sagt der Nose von anderen verfordert was dit land gegrint hat fing ich nicht wo das wahre eborene Menschen was da macht sein was nicht so schreven Aber wie sagt Nose fing ich nicht an ola und jadishin globe so we können fragen worum hat got diese nation die steht so sei sehend über alle und nation und hier ist was die is was ich will mert teil amerika ist die kraft gewaast hier mission über die ganze welt und die letzte vier sie joh what we think is in die lats die die joh die lats die die vann den welt sind mithin nore sind all over the welt gong und haben nur den zweiten welt menschen trost geeft zum verweich gong und wieder gong wenn die zweite welt gong wird die menschen auf der welt in maudlosigkeit brachten brachten man kann nicht sein in despair so dass jeder das auch wir bis sein lebe man den verweich gong nur den zweiten welt kregen das wird die stets nur den zweiten welt kregen und der erfolg von dort hat viele von dieser länder wird sich nie mehr gut haben die haben von der biblische kreatur zum verweich dort so wir kregen die mission gestehen und dort gott den rat plan nicht bloß für lot für jeder kregen hier in camp leonen wo immer wir sind dort wir uns der hinger stellen dort gott den gut rück get im missions feld gedonen was dort soll ans grasse zähne ab diese jere dort wie dort däun und dort verweich bringe däun du kämt und däun einzel zähne drittens wo wir können sagen das nächste amerika ist nur jüdische menschen oder jüdische nation in jüdische nation harry s trumans in 1948 wie überzeugt israel unerkannt wurde aus nation von wort hei bleibt in verstund aus ne wahr reibull person fafte mose beschrift das däun in in casa blanca in the white house wo was däun was not thing in the world in the year what ag wait at man if will be mo noch he ens with them Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gottes recken Segen, Matt Dün